Wunderschöne, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Cheng und ich habe das große Privileg, einer der wenigen sein zu dürfen, eine neue Kamera testen zu können, die noch nicht auf dem Markt ist. Ich hatte sogar die Möglichkeit, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und vorab schon mal Prototypen zu sehen, auch zu testen und zusätzlich aufgrund meiner Praxiserfahrung einfach ein paar Tipps geben konnte, wie, wo, was vielleicht eventuell ein bisschen verändert werden kann. Das Schöne ist, mit der Veröffentlichung dieses Videos wird auch das Produkt gerade jetzt in diesem Augenblick, wo ihr es schaut, in New York gelauncht und das heißt, ich kann es euch endlich zeigen. Warum ist diese Kamera interessant für mich? Ganz einfach, weil sie Traveller, also Reisende und Blogger anspricht, was ich quasi beides bin und ich bekomme tagtäglich unendlich viele Nachrichten, wo Leute mich fragen, was für ein Camera Gear benutze ich, wie, wo, was kannst du mir empfehlen und dementsprechend war es sehr interessant für mich, diese Kamera jetzt auszutesten und ich möchte mit euch jetzt mal ein paar Schritte durchgehen. Schöne ist, heute habe ich nochmal ein neues Paket bekommen mit einer kompletten, neu verpackten Version der Osmo Pocket. Pocket, wie so, werdet ihr gleich sehen. Ihr seht, die Außenverpackung ist schon relativ klein. Ich werde sie jetzt mal öffnen. Ich mache hier nochmal die zweite Kamera an, damit ihr das in der zweiten Perspektive auch nochmal schön betrachten könnt. So, wer sich mit Technik und Kameras noch ein bisschen auskennt, der weiß natürlich auch, dass DJI schon einige andere Versionen der Osmo-Reihe rausgebracht hat, die aber alle wesentlich größer waren und weiß natürlich dementsprechend auch, dass diese Kamera sehr gut Bewegung und Holperer ausstabilisiert. Heute wollen wir mal schauen, was diese kleine Version Osmo Pocket denn so drauf hat. Das muss ich erstmal hier... Ach, ich habe gerade meine Fingernägel geschnitten, jetzt kann ich diese Packung näher. Osmo Pocket. Weil sie so klein ist, dass sie ohne Mühen in eine Pocket passt. Ich glaube, ich würde nicht lügen, wenn ich davon fünf oder sechs Stück in eine Tasche reinstecken könnte. Die ist so klein. Ich finde, die sieht voll aus wie dieses von Man in Black. Wenn du geblitzt denkst wirst? Genau. So, liebe Leute, einmal kurz reinschauen, obwohl, nee, dann wisst ihr ja nicht mehr, was ich erzählt habe. Das erste, was wir jetzt hier sehen in der Box, sind zwei Dinge, und zwar die Kamera selbst und einmal ein Behältnis, worin wir diese Kamera tragen können. Das ist Zubehör, da kommen wir gleich noch zu. Schauen wir uns erstmal die Kamera an, wie ihr sehen könnt, wie auch bei den anderen Osmo-Vorgängern. Ein Drei-Achsen-Gimbal, kann sich in alle Richtungen frei bewegen und hat hier vorne jetzt momentan zugeklebt. Ich liebe es, wenn ich eine Folie abtrenne und dann das Display wirklich so butterweich, das Licht reflektiert, ohne einen Fussel drauf. Okay, lassen wir das. Oben habt ihr ein Display mit Live View und hier unten noch ein paar Knöpfe, die wir uns auch gleich anschauen. Es liegt super gut in der Hand. Ich möchte euch mal einen kleinen Größenunterschied zeigen. Das ist die Mavic 2 Zoom und es ist wirklich ein Zehntel davon. Es besitzt dieselbe Sensorgröße, es ist ein 1,2 Drittel Sensor, genau wie bei der Zoom. Was sehr cool ist, diese Kamera ist nach 5 Sekunden einsatzbereit. Das heißt, klick, sie fährt hoch, bereitet sich vor und nach 5 Sekunden allerspätestens kannst du den Aufnahmebutton drücken und loslegen. Einmal länger gehalten. Er tariert kurz aus. Bupp, bupp, bupp. So, und ich kann aufnehmen. Ich bin sehr impressed über dieses Display. Es ist ein High-Resolution-Touchscreen und du kannst wirklich mit deinem Finger draufklicken und oben das Gimbal mit dem bloßen Hoch- und Runterschieben bewegen. Und es reagiert richtig schnell. Du hast eine sehr gute Kontrolle darüber. Und natürlich, einige Leute werden sagen, ja, das Display ist viel zu klein. Du kannst es auch nicht wirklich sehen, auch wenn das eine sehr gute Qualität ist, was ihr jetzt aus der Entfernung gar nicht sehen könnt. Aber es gibt die Möglichkeit über verschiedene Adapter. In diesem Fall haben wir hier für iOS, weil ich ein iPhone habe, einmal ganz kurz umgedreht, ans Handy angebunden und direkt über eine neue, separierte App, die MIMO-App, habt ihr direkt ein großes Display. Wenn man das jetzt mal mit der größeren Osmo, Osmo Mobile zum Beispiel vergleicht, ist das Handy keine Extension mehr von der Kamera, sondern die Kamera ist jetzt eine Extension von dem Handy. Ich muss ja sagen, ich feiere das auch sogar ohne das Handy, dass du diesen Display hast und dich einfach siehst. Unsere Kameras haben hier keinen ausklappbaren Bildschirm und so hast du einfach, wenn du dich selbst filmst, dann siehst du dich. Es ist zwar nicht groß, außer du benutzt das Handy. Ja, da hast du tatsächlich schon was vorweggenommen, was ich noch gar nicht gesagt habe. Diese Kamera hat natürlich sehr viele Funktionen, allein schon intern. Das Schöne ist, dass die Kontrolle über die Funktion, natürlich über die App und über das Handy nochmal wesentlich angenehmer ist. Du hast hier wesentlich mehr Spielraum, kannst auch mehr sehen. Das Einzige, was du machen musst, ist hier per Knopfdruck auf Selfie-Mode wechseln und dann siehst du dich selbst. Ich komme auch gleich nochmal dazu, weil für viele Blogger, die sich jetzt denken, ja cool, es gibt viele Kameras, die du in Selfie-Mode einfach nur drum umdrehen kannst und halten kannst. Aber ich habe tatsächlich noch keine gesehen, die gute Soundqualität hat. Und diese Kamera hat tatsächlich einen Soundadapter, den ich auch nochmal testen werde. Was mich sehr glücklich macht, weil endlich hat man hier was Kleines in der Hand. Ja, jetzt kommen wieder die Jokes. Wir haben eine kleine Kamera in der Hand, die du überall hin mitnehmen kannst, die zum momentanen Zeitpunkt auch noch gar nicht so wirklich als Kamera definiert wird. Wir haben die überall jetzt mit reinbekommen, wo du halt keine großen, in Anführungsstrichen, professionellen Kameras mitführen darfst. Konnte man diese Kamera ohne weiteres reinnehmen und hat trotzdem coole Aufnahmen gemacht. Nochmal ganz kurz zu den Stats. Diese Kamera, habe ich ja gerade gesagt, hat ein 1,2 Drittel Sensor. Sie nimmt 4K mit 60 Bildern auf. Und natürlich, wer DJI unter euch kennt, weiß auch ganz genau, dass mit jedem neuen Gerät, was rauskommt, immer irgendwelche neuen Intelligent Features dabei sind. Ich musste nicht mal irgendwas machen. Kamera realisiert direkt mein Gesicht. Active Face Track. Und egal, wo ich mich mit meinem Gesicht hinbewege, die Kamera verfolgt mich direkt. Aber das Schöne ist auch, dass sie nicht nur Faces trackt, also nicht nur Gesichter verfolgen kann, sondern du kannst mit bloßem Kästchen ziehen auf dem Display einfach ein anderes Objekt verfolgen lassen. Wie ihr seht, der Tracker ist noch auf meinem Gesicht und ich werde jetzt mit einer Hand den Tracker mal auf ein neues Objekt setzen. In dem Fall diese Hand. Guck, ich ziehe einfach ein ganz einfaches Kästchen. Bupp. Und jetzt hat er den Tracker auf das neue Objekt gesetzt. Das Active Tracking ist inzwischen richtig gut. Man sieht direkt, es funktioniert astrein auch richtig gut. Selbst wenn ich jetzt ein bisschen schneller bewege, die Kamera zieht immer direkt nach. Auch wenn ihr nicht das Handy aktiv habt, könnt ihr über das Display auf alles zugreifen. Ihr swipet runter und könnt hier in die verschiedenen Optionen reingehen. Oder ihr geht hoch, dann könnt ihr hier neu zentrieren. Ihr könnt aber auch ganz einfach die Kamera umschwenken per Knopfdruck. Habt ihr auch verschiedene Stabilisierungsmodi. Wenn ihr es auf Tilt Lock stellt, dann seht ihr direkt, die Kamera, egal wie ihr sie hoch und runter neigt, die Kamera bleibt immer in derselben perspektivischen Ebene. Dann gibt es die normale Follow-Funktion. Egal wo ihr hinschwenkt, die Kamera schwenkt langsam nach. Oder es gibt, was mir persönlich sehr gefällt, die First Person View. Und das ist quasi die Action Cam Variante. Egal wie ihr sie bewegt, auch wenn ihr sie links und rechts tiltet, bewegt die Kamera sich mit. Und man hat dadurch einen actionreicheren Bewegungsstil. So, ich möchte euch nochmal ganz kurz zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Wenn ich jetzt einen 3x3 Panorama Shot machen werde. Das ist ein weiteres Intelligent Feature von der Osmo Pocket. Das Schöne ist, hier gibt es ein Zubehör. Das werde ich euch direkt mal zeigen. Das ist ein Standfuß, wo ihr die Osmo direkt reinstecken könnt. Und somit noch mehr Grip habt, noch mehr Standfestigkeit. Einzige, was ihr macht, ist, ihr stellt es irgendwo hin. Zack. Zack. Einmal das Handy angeschlossen, dann werden auch die Daten direkt mit rüber geladen. Hier haben wir nochmal das Bild. Guck mal, alter, stark. Mir fällt jetzt hier nichts auf, wo er einen Fehler gemacht hat. Alter, sieht das geil aus. Diese Kamera sieht aus, als wäre die geschmolzen unter Hitze ein Strahler. Und ein 3x3 Panorama wirkt dann auch schon gar nicht mehr wie ein Panorama, so wie man das jetzt mit einem Handy zusammengestitcht vermutet. Sondern es wirkt viel eher wie ein richtig krasses Weitwinkelfoto. Und natürlich kann diese Kamera auch Timelapse oder Motionlapse machen. Das zeige ich euch hier nochmal in zwei Beispielen. Was auch nochmal ein ganz interessantes Feature ist, für die Leute, die ganz schnell irgendwas Cooles aufnehmen wollen und es direkt hochladen wollen, ist der Story Mode. Es wird in der App einen Story Mode geben, den man einfach draufklickt. Ich hab den jetzt hier schon. Hier. Uh. Hier. Hier könnt ihr schon verschiedene Sachen aussuchen. Wollen wir mal ein bisschen leiser machen hier. Das Coole ist nämlich, dass du durch ein paar voreingestellte Kamerabewegungen quasi, ja, ein kleines Filmchen dir zusammenschneiden lassen kannst. Denn die App macht quasi alles selber. Sie sagt dir, okay, jetzt mach das, jetzt mach das, jetzt mach das. Aber du kannst die Inhalte quasi für dich selbst entscheidend filmen. Und dann stitcht ihr dir quasi ein Video mit coolen Transitions zusammen. Glauben wir das, den Ton, wo ist denn das Mikro dann, wenn man das da anschließt? Das Coole ist, dass du über einen Adapter nachher den Ton in Form eines, du kannst zum Beispiel einfach diese iPhone, wie heißen diese EarPods, die Dinger anstecken. Und du hörst ja, dass der Ton gut ist. Diesen Ton kannst du über eine schnurlose Verbindung direkt mit der Kamera aufnehmen. Aber ich hätte jetzt kein Mikro da drinne dran. Es ist sogar ein Mikro da dran. Aber du kannst es halt, um es dann nochmal mehr zu verändern. Das habe ich konzipiert. Ich finde das, hä, das ist echt saustark. Test, test. Ja, das ist schon krass. Das ist eine ganz normale Lautstärke. Was genau, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also innen drinne kann man sagen, ist top. Muss man gar nichts machen. Also reicht komplett aus. Und das Starke ist halt, sobald wir diesen Soundadapter anbringen, kannst du direkt ein externes Mikrofon anschließen. Ob es ein normales Sanksmikrofon oder ob du jetzt ein Ansteckmikro nimmst, das über Bluetooth oder Wi-Fi, über wie auch immer das mit der Kamera verbindet. Hast du sogar bei schlechteren Bedingungen einen richtig guten Sound dran. Du hast das Ding auch noch drauf. Ja, das Ding ist, ich habe ja zwei davon. Achso, eine ist für mich. Ja, das ist meine. Ohne Spaß, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Machen die solche Späße jetzt ja. Na, na, wirklich. Die ist für dich. Nee, aber jetzt, Spaß beiseite, das Ding ist eine Maschine. Ja, ist geil, ne? Und jetzt gefährt das halt. Der Akku hält wie lange? Richtig geil. Der Akku. Ich stelle hier die entscheidenden Fragen. Ja, aber das sind halt die entscheidenden Fragen, die die Leute halt auch stellen. Und die Antwort ist? Die Antwort ist. 4K, 30p, hält der Akku zwei Stunden lang, 140 Minuten, wenn man 1080p aufnimmt. Und innerhalb von 50 Minuten, glaube ich, mit einem Speed Charger lädt der Akku auf knapp voll, bis 90%. Jetzt, ohne Witz, das Ding gerade richtig krass. So, wirklich jetzt, ne? So, wie ich es gerade in der Hand habe, überragend. Finde ich es richtig, richtig, richtig geil. Vor allem kannst du damit auch mal filmen. Jetzt kommt der geile Punkt, wo man eigentlich nicht filmen kann. Kennst du das? Ja, ja, ich weiß. Aber hiermit kannst du alles filmen. Kein Checkbar. Freunde, sieht man mich. Man sieht mich gar nicht. Man sieht nichts. Ein Statement dazu geben. Ich krieg hier kein Geld. Ich auch nicht. Jetzt kommt. Wenn das Ding einen guten Preis hat, dann wird das richtig durch die Decke gehen. Ja, Leute, wie ihr seht, diese Ware ist heiß begehrt. Und zum jetzigen Zeitpunkt, wie ich dieses Video drehe, weiß ich tatsächlich diesen Preis noch nicht. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es lecker sein wird. So, liebe Leute, jetzt ganz zum Schluss nochmal die Gadgets, die ich ganz kurz anreißen würde. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht wirklich was am Start hier, außer diesen einen Fuß, wo man die Osmo Pocket direkt reinstecken kann. Dann das Schöne ist, dass es erstmal ein größerer Standfuß ist, wo du das überall hinstellen kannst, speziell für die Motionlabs, Timelabs, damit die Kamera sich halt nicht bewegt. Hier auf dem Tisch ist es halt besonders einfach. Man kann seine Arbeit von ganz alleine machen. Ihr lasst das Ding einfach nur stehen, müsst es beobachten, damit es nicht geklaut wird. Und das war's. Und das Schöne zusätzlich ist noch, dass ihr das Handy über Wi-Fi mit diesem Fuß verbinden könnt. Das heißt, ihr müsst da nicht die ganze Zeit mit dem Handy irgendwie rumhängen oder so, sondern ihr verbindet es über Wi-Fi. Das Wi-Fi oder Bluetooth ist nicht mit der Kamera direkt verbunden. Sprich, es wird nicht direkt der Akku über die Kamera leer gesogen, sondern das läuft alles über diesen Fuß. Und zusätzlich könnt ihr, falls ihr längere Timelabs machen wollt, hier unten über diese Extension, einfach über USB-C, genauso wie auch unten in der Kamera, das ist ein USB-C-Anschluss, die Kamera während ihrer Arbeit konstant aufladen lassen. Wenn das jetzt noch einen Nachtmutter hat, bezeichnet Fintao. Alle meine Mitbewohner, ihr seid so nicht mehr safe mit dieser Cam. Bitte zu Gott, dass die nicht in meine Hände geraten, weil sonst habe ich mich alle auf den Cam, mein ***. Wie ihr wisst, waren wir in Mexiko unterwegs und da waren wir auf einigen sehr holprigen Straßen. Und da habe ich mal die Osmo Pocket bei Höchstgeschwindigkeit aus dem Fenster gehalten. Und ihr könnt ja mal sehen, wie gut das Bild ausstabilisiert ist, obwohl mein ganzer Körper da so am Faken war. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Schöne ist, man kann über verschiedene Gadgets, wie hier zum Beispiel, so eine Schutztasche, kannst du die Kamera ganz einfach hier einführen. Fertig nice. Und jetzt kannst du es rumwerfen, wie du willst. Das Ding ist fest. Es gibt sehr cooles Zubehör. Es gibt etliche Attachments, Verlängerungen oder Underwater-Case zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die ich euch dann in einem weiteren Video vorstellen würde. Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt das mir sehr gerne in die Kommentare. Wenn ihr jetzt vorab schon mehr dazu erfahren wollt, dann geht ihr natürlich unten in der Beschreibung mal direkt auf den ersten Link. Da habe ich euch die wunderschöne Osmo Pocket mal verlinkt. Und dann könnt ihr direkt mal gucken, was abgeht. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, diese Kamera spricht extrem viele Menschen an, weil sie so derbe vielseitig ist und so einfach zu nutzen ist. Und weil du die wirklich in deine Hosentasche reinstecken kannst. Viel Spaß damit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde. Dann sehen wir uns in einem neuen Video. Ich freue mich drauf. Stay positive und tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.